ARD Text im Auftrag von Funk Willkommen und hallo zum Carvation Road Podcast Nummer 48. Wir sprechen über Abbey Road von The Beatles. Das habe ich ausgewählt. Und ja, es ist jetzt, wie ich mal behaupte, etwas, was wir beide gut finden. Also jetzt nicht etwas Einseitiges. Weißt du, es ist eigentlich fast wieder ein bisschen wie am Anfang. Am Anfang von allen Podcasts. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Also, ich habe hier ausgewählt. Also nochmal kurz so biografischere Fakten über das Album. 1969 ist es rausgekommen. Das zweitletzte veröffentlichte Beatles Album. Aber so das letzte Studio Album kann man sagen. Wenn nachher Let It Be von 1970 ist ja eigentlich ein Live Album. Aber ist es nicht auch so, dass sie es vorher aufgenommen haben? Doch, es war ja so die gleichen Sessions. Oder die gleichen Sessions zum Teil. Also Let It Be ist vorher angefangen aufgenommen worden. Und nachher fertig geworden. Abbey Road ist so viel zwischen denen gewesen. Meinst du, dass die letzte gemeinsame Aufnahme von Abbey Road war? Ja. Das kann sein. Aber halt die Fertigstellung vom Album ist doch noch länger gegangen wie Let It Be. Oder halt die Fertigstellung sind von, die hatten ja noch dieses Konzert. Und ja. Es ist so eine perfekte Länge fast. 47 Minuten. Und ja, das ist eines meiner Lieblingsalben generell. Mein Lieblings-Beatles-Album. Hast du eigentlich ein Lieblings-Beatles-Album? Oder wie steht das so bei dir im Ranking sozusagen? Oder wie siehst du das? Ich glaube, ich bin eben eigentlich, bin ich ja nicht mit Alpen-Beatles. Ein grosswort ist eh falsch. Ich bin jetzt jung. Aber Zugang zu Beatles, habe ich meiner Meinung nach über Mingotti. Mhm. Und da hat es eben das blaue und das rote Album gegeben. Ja. Also eben, das sind halt schon so Best-ofs gewesen. Also die roten waren, glaube ich, zuerst gewesen. Das sind die älteren. Und die blauen dann ein wenig die neueren. Und das sind Doppel-CDs, meinte ich. Und da habe ich so den Album-Zimmerhang nicht. Ja. Und ich hatte ja auch kein Skar oder so. Einfach die habe ich gehabt. Und nachher hat es mal One gegeben. Das sind, glaube ich, alle Nummer-Eins-Heats gewesen. Okay. Das waren halt immer so Zusammenstellungen gewesen. Ja. Darum kann ich das nicht sagen. Aber jetzt einfach zu Abbey Road. Es ist irgendwie halt doch sehr abwechslungsreich. Das stimmt. Das ist sehr abwechslungsreich. Also es hat jeder etwas dazu beigetragen von den vier. Ja. Ist auch noch. Also nicht bei einem Lied. Aber... Nein, aber es hat ja auch jetzt... Insgesamt, ja. Es hat jeder mindestens eins als Auto aufgeführt. Ja, das stimmt. Und... Aber ja, es hat so verschiedene Stile. Und... Es ist weniger... Oder Sats und Pepper ist einfach ein wenig schräger. Ja. Also jetzt da auch... Ja, aber weniger. Also so im Gesamten... Ja... Das ist so mein Gefühl. Vielleicht stimmt das auch nicht. Das ist so mein Eindruck. Sats und Pepper ist so recht mehr so psychedelisch oder so. Ja. Man hat es dort ein wenig mehr ausprobiert. Und da ist wieder ein wenig zurück... Ja, vielleicht ist es nicht zurück. Aber es ist wieder ein wenig ein anderer Stil. Ich finde es ein wenig ruhiger. Aber ein wenig durchdachter komponiert. Und viele Lieder haben ja... Das ist dann nicht Standard-Schema-Abfolge. Mhm. Aber es wirkt nicht so. Oder wenn sie so verschiedene teilen, sind die recht unterschiedlich. Ja. Das auch nicht alle, aber... Zum Beispiel eines von den guten, was jetzt halt darauf ist, das ist zum Beispiel Something. Das ist natürlich von George Harrison. Das sind eben eigentlich eh die guten. Das stimmt. Ja, das ist recht variabler. Also die verschiedenen Teile in diesem Lied sind recht verschieden. Ja. Auch mit ein wenig... Du hast das Gefühl mit dem Tempo gespielt. Aber eigentlich nicht mal wirklich. Mhm. So ein wenig mit dem Rhythmus. Und der Stimmung. Ja. Aber... Und da hat es auch noch andere. Einfach jetzt nicht nur da. Genau. Also ich finde... Also Abwechslung ist wirklich ein grosses Thema. Finde ich auch so cool. Weil das habe ich auch gerne. Also es hat ja so wie... Es hat so wie ein poppiges Zeug. Also halt... Poppiger Rock. Aber es hat auch so ein wenig Progressive Rock mässig. Oder halt... Dann hat es mal Liebesliedern. Dann hat es so ein wenig... Silly. Wie sie würde sagen auf Englisch. So alberne Lieder sozusagen. Äh... Ich glaube... Ein paar von den Beatles haben es Granny Music genannt. Ich glaube vor allem... Jetzt da bei dem Album von... Paul McCartney kam. Also ich meine jetzt zum Beispiel... Maxwell Silverhammer. Mhm. Ich weiss jetzt schon was ich meine. Wenn sie sagen Granny Music. Wenn du so den Sound gehörst. Aber... Also... Ich finde es... Voll gut immer noch. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Perfekt. Ähm... Und ja... Es ist ja auch noch so... Einige... Eigentlich... Unterteilt halt in die zwei Hilften. Also es ist jetzt nicht perfekt. Aber so grob kann man sagen... Ein Teil ist... Einfach Lieder. Auf sich allein gestellt. Und das andere ist dann halt der... Der long one. Also der lange Medley. Von irgendwie acht Tracks oder so aneinander. Und... Ähm... 16 Minuten oder so geht's glaube ich. Also es ist ja eben nicht die Hilfe dir. Aber... Man weiss. Glaub ich... Aber gilt das als eins? Weil für mich sind es eigentlich zwei. Ähm... Ich weiss, wer du gemeint. Es hält irgendwie Pause. Aber... Es wird irgendwie als... Eins gezählt. Ich habe immer gedacht, es wären zwei. Okay. Und es wird als... The long one. Uh... Angesehen. Habe ich auch so auch mal auf YouTube gefunden. Offiziell. Also gesehen so... Beatles Lied mit Abbey Rhodes Album cover. Vom offiziellen Beatles erkannt. 16 Minuten. Der long one. Wie ich nicht von dem gehört. Habe ich drauf noch so an. Es ist ein Medley. Ja. Da ist natürlich auch noch etwas kurz. Also... Die haben ja nicht sie erfunden. Aber irgendwie... Vor allem jetzt... Vielleicht höre ich einfach zu wenig... Zeug von... Artists oder auch gemacht haben. Aber ich kann mich jetzt nicht jemand erinnern, der irgendwie... so ein grosses Medley hat. Also was es ja oft gibt. Vor allem jetzt bei so Prog-Rock-Zeugen, die wir gehört haben. so... Pink Crimson und so. Dort hat es ja einfach... 16 Minuten Tracks. Anstatt... einzelne... Kurze oder zusammen. Ein ganzes Ding. Ja das ist richtig. Was ich auch noch finde ist, dass du... gehörst, was sie nachher als Solo-Künstler gemacht haben. Ich finde schon... Manchmal so ein Silvohammer... Kannst du jetzt sagen, so die Silly-Granny... Mhm. Ähm... Aber ich finde, du gehörst schon, was Paul Mercado nachher Alaya auch gemacht hat. Ja. So Ram und so. Ja ich weiss... Ich weiss... Ich will... Jetzt habe ich eben auch noch wieder so eine Best-Of. Okay. Darum kann ich es dort nicht zuordnen. Und zum Beispiel... Amon Tue... vom... Lennon. Ja. Ist ja auch Sache, nachher... Gut, der hat es schon vorher ein Solo-Handler-Musik gegeben. Mhm. Aber du auch nachher wieder gehörst, wie so sein Stil ist. Ja also ein bisschen mehr Prog, mehr... halt Neues und so. Also wir haben ja alle Dinge besprochen. Ähm... Wie hat er geheissen? Plastic Ono Band. Mhm. Und da hat man ja auch gemerkt, dass so... Also nicht so ein Scream und so auch gewesen, aber... halt so... Ähm... Du gehörst immer noch Musik raus, aber es ist so... dröhnend... So... Weisst... Mach mal an. Mhm. Also das ist eigentlich der... Ähm... Der Schluss... Ich weiss nicht wie lang es ist, aber schon ein längerer Teil von dem... 7-47-Lied ist ja... der... Neues. Der dröhnend. Am Schluss. Ja, also es ist schon auch Musik, es dürfte einen Verzehr nehmen dann. Ja, aber ich mein, es geht so in die Richtung. Ja, mich erinnert es irgendwie an Pink Floyd, aber... Ja, aber... Da wäre ja Prog Rock. Ja. Also Pink Floyd ist ja eher nachher gross geworden. Mhm. Ja. Das sind Crimson, das ist ja auch 69. Ja. Aber die könnte jetzt auch sein. Es ist ja so ein bisschen ein ähnlicher Sound. Hahaha. Wah. Ich weiss nicht, wen ich gehört habe. Also... Egal. Ähm... Ja, also das wäre ja... eigentlich so wie der letzte Song von der... ersten Seite. Also... I Want You... She's So Heavy. Weil ja Lennon-Lied ist. Ähm... Come Together ist das erste Lied. Und das... Also das kennt mich irgendwie schon. Aber ich habe... Jedes Mal, wenn ich so auf Spotify da liege, denke ich mir so... Krass, dass da so... Ich glaube, das ist irgendwie das dritte Mal, ich gehört das Lied oder so. Okay. Und dann gehörst du jetzt eigentlich nicht im Radio oder so. Also ich habe dann nie im Radio gehört. Jetzt offensichtlich... Das grösseste ist ja... Hier kommt es an. Und das gehörst du ja immer wieder. Mhm. Oder jetzt auch Yesterday oder so. Aber jetzt... Come Together... Ja... Weil ich mich nicht erinnere, dass im Radio läuft. Aber es ist natürlich cool, dass da groß ist. Also ich fühle das. Schon erstaunlich. Mhm. Es ist eigentlich ein cooler Anfangstitel. Ja. Finde ich. Also es ist halt so das Anfangsmotiv schon. Also genau die ersten... Orteintekte. Ja, das ist schon ein ikonischer Anfang. Kann man so sagen. Ja, dort ist so... Ähm... Ich habe das Gefühl, es ist sehr so... Bassmelodie-lastig. Also das ist so der, der mehr raussticht, als so andere Aspekte. Also ich habe das Gefühl, die Gitarren sind eh noch... ein bisschen weniger, also... Guck mal, so einen instrumentalen Teil, oder? Dort ist schon... Ja, dort schon, ja. Und du meinst halt so das Grundmotiv? Ja. Dum 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 dum. Genau. Halt coole Bassline. Mhm. Und dann, wenn man eine Reihe noch möchte, dann ja Something, das hast du ja schon gesagt. Das ist natürlich ein sehr schöner... Ähm... Es hat auch einen rechten... Unterschied, das zu kommen. Und das fängt da mit der Gitarre an. So schön gezupft. Mhm. Genau. Und... Da ist auch wieder... Die sind einfach... Sie sind einfach richtig gut gewesen, so... Eben, das ist ein bisschen, wie du gesagt hast, mit den verschiedenen... verschiedenen Teilen in einem Lied. Uh-huh. Aber auch so, wie sie halt... So manche Instrumente einbringen, und dann wieder nehmen sie, und dann kommen sie wieder. Also da jetzt... Mit den Streichern und mit den Orgeln habe ich es vor allem gemerkt. Also das ist eher eine Hemmendorgel, oder so gesehen. Die kommt dann so... Dann gehört sie so... Oh, da ist sie. Und dann geht sie wieder. Gleich mit den Streichern. Aber einfach so... halt voll gut... Ähm... Das halt nicht langweilig wird, und das halt... sich speziell anfühlt. Schon so, ja. Es hat... viele, viele Sachen drin. Gitarrensohlen... Das meinte ich auch noch. Mhm. Was kann ich jetzt... für unauffällig. Schöne Melodie. Ist aber auch wieder... eine neue Melodie. Ja. Ist ja nicht jetzt das eine andere... Sonst ist ein Solo... vielmal auch noch etwas, was... vorher schon gegeben hat, irgendwie verarbeitet. Mhm. Ja. Schon einer... Also... finde ich einen von den... von den guten. ich weiß nicht... aufreffen, dass der hat. Wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Ich glaube auch nicht schlecht. Aber... Ich glaube, das war auch ein Single damals. Oder irgendwann mal. Ja... Maxwell's Silverhammer. Also irgendwie... Ich habe das Gefühl, man könnte fast zu alles durchgehen. Weil das ist auch jedes Lied... sicher mal kurz erwähnenswert. Da ist da eben... Paul McCartney's Granny Musical.ly. Aber... Kann ich... Ich finde es cool. Es ist lustig. Es ist so mehr... eine Story... Also eine Geradlinige... von Maxwell, der halt... verschiedene Leute tötet... mit seinem... Silberhammer. der Hammer. Und dann natürlich... gehört man daran... dass selber der Hammer... so auf dem Amboss... und wird... ähm... Get Back Doku geschaut hat. Dann weiss, dass da... der Producer war... also dort im... im richtigen Moment... der Amboss schlau... ähm... Bei... Ist das nicht der Producer? Also dort im... in der Doku schon... Ja, meinst du... der ist auf dem Recording... Ich habe da einfach... die Uhr gesehen... es steht Amboss statt Ringo Starr... Oh... Also das hat dann... verprobt... hat es dann nicht aufgenommen... Ach so... Oder einfach ein bisschen... Ja, kann ich... das Lied und so... Kann ich irgendwie... aber... es ist... coole Szene... wenn er mich so... mega enthusiastisch... auf den Amboss hat... das ist eine Scheissfreude... Ja... Allgemein... sehr coole Doku... Eben... ist eigentlich über... Also eben... die zwei... die Sessions von... Let It Be... und Abbey Road... sind ja eh so... ein bisschen... verschmolzen... Also halt... ist ja beides... Abbey Road... war... also ganz am Anfang... einem anderen... Genau... die haben ja dann gezügelt... ähm... Also da sieht man... mit dem... Let It Be Filmer... sind dann nicht zufrieden... mit der Halle... Genau... Und dann sind sie eigentlich... ihr... das normale Studio... Ja... und es hat ein paar Songs... wo man halt... wo jetzt auf Abbey Road sind... wo eben dort... dann in den Doku... vorgekommen... ich weiss nicht mehr genau... Ja... Oktopusesgarn... auch noch... Der ist auch... Wahrscheinlich noch mehr... Ja... Es sind noch mehr... Ja... Und dann... All solche... die nicht... da drauf sind... Ja... ich glaube... man gehört noch ein paar... man gehört... sogar schon ein paar... von der... von der... von der Solokarriere-Mensche... Ich bin jetzt nicht mehr sicher... kann aber sein... dass irgendwie der... John irgendetwas anspielt... oder... etwas spielt von dem... wenn er schon Release hatte... oder... Release 10 Moments... Ja... sie spielen viele... also... die Tabletchen zusammen... Ja... Ja... das ist der... Max weiss selber... haben wir... Mhm... Weisst du... jetzt haben wir da so... Drei Folgen... es ist so... es ist so... keine Ahnung... wie man... kommt... aber das ist halt so... der Eind Vibe... dann... Something ist so... der ruhigere... so... Liebeslied Vibe... Dann... Max weiss selber haben wir... so ein bisschen... lustig... und dann... wieder... Oh Darling... was ja auch... wie ein Liebeslied ist... aber... nochmal anders als Something... weil das schon ja... Ja... für mich ist das so... Blues-mäßig... aber das ist schon nicht richtig... eingeordnet... aber... Zwar es hat auch... Blues-Influencer gehört... aber ich bin jetzt... zu schlecht... zu wenig Blues gehört... um... ja... da raus... zu definieren... ja... kann schon sein... Ja... er hat recht viel Energie... ja... ja... das steht auch... für eine... ähm... für eine Zeit... also... time signature... weil... das habe ich irgendwie... gehört... und ich so... aha... jetzt... muss ich es laufen lassen... also... ein Blues... wenn es jetzt ein Blues ist... ist es in vier... und da kann es verschieden schreiben... du kannst es in vierviertel nehmen... oder du kannst es in zwölfachtel nehmen... bis ich am Schluss... einfach pro... sagen wir mal... pro Grundschlag... ist es eigentlich... wie eine Dreierteilung... dann nochmal... wieso... ich denke... dass es in vierviertel ist... also... weiss ich nicht... ich bin mir kurz hier... also nochmal... oh... oh darling... please believe me... also ich habe schon... auf vier... vier... eins... zwei... drei... vier... oder... eins... zwei... drei... vier... fünf... sechs... sieben... wie ich nämlich die... verwirrt... macht keinen Sinn mehr... dum 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 dum... das ist doch ein typisch... für mich ist das Blouse... ja... wahrscheinlich ist das Blouse... mhm... ja... aber auch cool... also... alles... No Banger... No... No Misses... All Hits... ähm... ja... Paul... zweimal nacheinander... Paul... mhm... unterappreciatedes Lied... vom Ringo... schon noch... Oktopuses Garden... mhm... nicht mal in der... This is the Beatles... Spotify Playlist... nicht? nein... ach... schlecht... das ist einfach... das ist einfach... ein feel-good... Ringo Song... ja... ich bin verbreitet... einfach gute Stimmung... habe ich mich aufgestellt... eben... einfach... nice... Feelings... und auch so... Clearings... sind nur cool... einfach... das Bild... wenn ich dir vorstehe... so... ein Garten... von einem Oktopus... ist so... es gibt mir... so... ich kann jetzt... da nicht Recherchefunktion... aber... kann da auch mal... draufgestossen... 1968... sind Aufnahmen gewesen... zum... zum Lied Back in the USSR... hat sich Ringo Schintz... doch mal mit der Band... überworfen... und... ja... da hast du doch gesagt... alle sind so gemein... zueinander... aber das ist nicht der Ringo gewesen... doch... der George ist doch der... ja... hat nicht auch der Ringo noch mal... das war ja vorher... 68... gewusst... der Ringo... hatte da keine Lust... der ist auf Sardinien... und hat... die 8 ausgelähmt... von Peter Sellers... ja... Peter Sellers... ich glaube... da meine ich... dass der Ringo auch... Mann... und... der Kapitän der 8... hat ihm dann eben... erklärt... dass die Kraken... wie die leben... dass die so eine Art Garten haben... vor ihrer Höhle... ja... und da hat Ringo gefallen... das war die Idee... um das Lied zu komponieren... ja... da ist auch noch ein schöner Moment... in der Doku... der Ringo... da so ein bisschen schüch... so anfängt... so... hey... ich habe ein Lied... und dann... irgendwie... so böse gesagt... Paul und... John... juchzt nicht so mega... aber der George... geht dann so zwei Mann... so... okay Ringo... wir schaffen jetzt an dem... und dann... haben sie das Lied gemacht... ja... also er hat dann so ein bisschen... den Pusch gegeben... genau da auch... dass er es dann mit dem George Harrison... zusammen weiter ausgebaut hat... ja... der George ist schon... Irrenmann... mhm... ihm hätte es aber auch noch gefallen... vom Text... oder... dass es so ein vermeintlich... Kinderlied ist... in dem er hat dann einfach... eine tiefere Bedeutung... ah... okay... weiss es nicht genau... war... ich weiss es gar nicht... aber... der George hat etwas gesehen... einfach nur... gerade würde ich sagen... eigentlich da... ähm... der George Harrison Album... ich glaube... vierfach... LP ist... original... ich habe vergessen... welcher Name ist... aber er sitzt... es ist schwarz-weiss... mit etwas grün... und er sitzt... in seinem Garten... neben einem Gartenzwerg... und er sieht auch... wie ein Gartenzwerg... das Album gehört... das müsste ich eigentlich... mal hören... aber... mich schreckt einfach... mich schreckt einfach ab... wenn das Album so... so... fuhr lang ist... ja... sehr lang... aber ich habe gehört... es sei sehr gut... äh... all things must pass... und die normale Version... geht zwei Stunden... fünf Minuten halt... ja... es hat schon noch... ein Piece of Work... das ist von 1970... aber... eigentlich krass... auch schnell unterwegs... gleichzeitig... ja... 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 haben wir... schon ein bisschen... übergeritten... und dann... wenn man auf die... nächste Seite geht... natürlich... here comes the sun... wieder George... grössten Beaglesong... ähm... macht auch Sinn... irgendwie... was der grösste ist... weil es ist so... also... es ist jetzt... also... weisst... wenn man das nächste... anschaut... bei Kurs... oder so... das ist ja nicht... etwas wo... böse gesagt... so... Leute im Radio... hört... ja... und... here comes the sun... also... es ist wahrscheinlich auch... mega gut gemacht... und so... aber es ist halt auch... popig... so zu sagen... ja... klar... für einen Popsong... ist es aber doch noch recht... also... also... weisst du... so... von... Taktwechsel... hat es noch ein bisschen... Komplexität... ja... das... glaube ich schon... da... macht ja Beatles auch... so... die Tiefe in... die Poppix... kommt einbringen... aber halt auch... extrem... und... ich glaube jetzt... jetzt ist... aber nicht so... also... ein Überladen... nicht das andere... überladen... aber sonst... ich meine... es hat jetzt nicht irgendwie... gross... streich... und blöse... und weiss nicht... wo alles dabei... ja... ich glaube nicht... ich glaube sie machen... so... das Klatschen... das finde ich noch... so... 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 der Rhythmus noch mit... nachklatschen... etwas... mhm... ja... das ist auch... wahrscheinlich... für viele Leute so... ähm... oder viele Leute... sicher... die nicht halt... mit Beatles aufgewacht sind... ist das wahrscheinlich so... der... erste Berührungspunkt... oder einer von den Ersten... ja... heute vielleicht schon... ja... ja... heute... ja... ich meine... heute... ich glaube... der Lied ist auch... ich glaube... der hat auch Zeit gebraucht... bis es überhaupt... erst zu gross wurde... wahrscheinlich schon... ja... ich glaube... der ist... gar nicht so ein mega Hit gewesen... aber... ja... gar nicht... ich glaube... die meisten... oder alle... würden... von den Beatles... ähm... Because... ähm... das ist ein... John Lennon Track... das habe ich nicht aufgeschrieben... aber das merkt man einfach... weil... da gehen wir jetzt... so ein bisschen... vom Poppigen zu... zum... ein bisschen... experimentelleren... da singen eigentlich alle... miteinander... oder nicht alle vielleicht... aber mehrere Leute... ja... sind alle aufgeführt... also alle aus der Ringe... also ja... und... ähm... kann ich... das klingt so ein bisschen... strange halt... aber auch cool... und dann hat es noch... so ein Synthesizer... so... den Moog-Synthesizer... vom George... da kommt auch noch... andere Lieder vor... und... da natürlich... so eine von den Sachen... wo... die Leute immer... als Hinterroutine erzählen... ist... ja weisst... der John ist so... dann hat Yoko... so... Moonlight Sonata... gar nicht... Mondlicht Sonata... Monshine... Monshine Sonata... gespielt... und dann hat er so... yo... spiel... mal die Chords Hintersee... und dann hat er so... um... da und um... ein Lied gebracht... genau... das ist die Geschichte... ja... ist so ein bisschen... ein strangeer Track... weil es hat irgendwie... so ein ominöses Feeling... aber... auch cool... finde ich... also ja... so... eben so... because... the world is round... is this... und das wäre auch sehr schwierig... zu singen... ja... das kann ich mir vorstellen... ja... es ist immer der dreistimmige Gesang... mhm... das ist schon... ja... und nicht so einfache Harmonie... habe ich das Gefühl... ja... kein Schlagzeug... glaube ich... inhaltlich... gell... ja... auch sonst eher minimalistischer... ja... ich mag mich jetzt... einfach nur... an E-Gitarren... und an den Moog... syntheseisen... ja... 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 jetzt... mhm... ist halt auch jetzt... eh... noch... nicht so... bekannt... ja... und auch nicht so... das ist nicht so... ein... vielleicht... ein Liebhaber... ja... das ist einer... so halt... wachst... mit einem... so... 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 jetzt muss man noch... das ist aber... allein für sich... ja... und jetzt... fängt es... jetzt fängt es an... ja... mit... you never give me your money... genau... und... da kann man auch... das ist so die Formelle... wo man so... so... auf sich allein... gestellt... als richtiges Lied... angesehen... dann geht er vier Minuten... ja... und das ist halt so ein... McCartney-Track... äh... ja... ja... genau... Klavier... Digistase... natürlich... ähm... ist eigentlich da... also... relativ viele Instrumente... ja... der ist auch so... sehr... wandelnd... also... auch so mehrere Teile... mhm... und... ja... den finde ich auch noch recht cool... später kommt dann auch noch mal so... wie... ein Motiv... und... die Lyrics... kommen dann so später... Madly... auch noch mal vor... also... von... you never give me your money... und... ja... textlich ist da so... so... Spekulation... so... ja... ist das so... wegen... wegen dem und dem... ähm... record dude... wo irgendwie... das Geld nicht haben wollen... und bla... und dann sagen die... so... nein... aber es geht gar nicht... weil er hat das schon vorher geschrieben... und bla... aber... ja... egal... Irgend so was... ähm... ja... jetzt... in dem... Teil... hat es da schon... das... Blas-Instrument... oder sind die erst... in der Reprise sozusagen... weiss ich jetzt gar nicht mehr... Puh... auf dem Kopf... mhm... jedenfalls... irgendwann kommen die noch... aber ja... das fängt... also... man kann... ich glaube sagen... es fängt so... minimal an... und dann wird so... am Anfang ist ja Nucla 4... und er... genau... give me your money... also wenn ich jetzt... da zu würde... dann höre ich schon... das Archester... also ziemlich viel... aber... vielleicht ist da auch ein Lacher... ja doch schon... ich glaube beides... dann... die Beatles... haben gerne... zu... ein bisschen... Sun King... und da... hört man... so... ambient sounds... so... Zikade... hört man... so... sehr chill... und... ich weiss nicht... ist das italienisch... oder... weisst du auch... was wir noch... reden... ah... das ist da... Muche de la note... ja... cuando para mucho... ja... das ist... ich glaube einfach... das ist Spanisch... aber irgendwie... ich habe geschrieben... Spanisch... oder Italienisch... das ist... also... ich kann ja nicht Spanisch... aber... nein... hat mich auch Wunder genommen... also... die Mikropäde heisst... Paul hatte Spanisch in der Schule gehabt... und kannte noch ein paar Wörter... also... haben wir einfach... alle Spanischen Brocken... aneinandergereiht... die sich halbwegs... nach etwas anhörten... also... es gibt nicht... okay... wirklich Sinn... glaube ich... ja... von wem ist der... da habe ich jetzt... im Kopf... ist dann... Lennon... ähm... sieht man das da... gerade... komponiert... von John Lennon... und Paul McCartney... ja... aber da ist ja immer... der Staat hat immer... aber da ist glaube ich Lennon... weil es halt weird ist... wenn... mein Ding ist... wenn es weird ist... dann ist Lennon... ja... aber auch weird ist... ist natürlich... mein Mr. Mustard... also es ist ein bisschen... silly... aber weird... aber es ist nicht... Paul McCartney silly... es ist nicht... grandma silly... es ist... John Lennon silly... weil... mein Mr. Mustard... ist Lennon, ja... walks in a park... shaves in a dark... oder so... trying to save paper... und wenn wir natürlich... jetzt noch mal sagen... wir sind da ja im Medley... also die Lieder... die gehen alle... so mega gut... ineinander über... ausser die irgendwo... gibt es eine Pause... ähm... habe ich vergessen... aber wo der ist... ehrlich gesagt... aber irgendwo... hat es eine... ähm... ja... kann ich mich noch weiter... Polythene Pam... auch so ein bisschen ähnlicher... war... wie mein Mr. Mustard... aber halt so anders... weil... ja... und ich glaube... da geht es um... a drag queen... weil... das... hörst du so raus... irgendwie... she's so good looking... but she looks like a man... de 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 de... und irgendwo... sagt alles mit drag... und ich so auch... drag... king oder queen... ähm... John Lennon... Das ist dein Tipp, oder? Ja... also... er singt mal... von dem her... würde ich sagen... das ist von ihm... Es hat mit Liverpooler Dialekt gesungen... hast du das gehört? ja... ich habe einfach gemerkt... dass es ein bisschen... weird klingt... ok... da muss ich nochmal drauf achten... das ist Lennon... da machen wir... einteilig... looks like a man... anstatt man... mhm... von dem her... habe ich schon ein bisschen gehört... aber ich hätte es nicht... sagen können... ah... Liverpool... also... es würde noch Sinn machen... aber ich habe einfach gedacht... er hat sich gedacht... ich rede weird... aber ich hätte einfach... ich glaube... es hätte sich ja ziemlich... Mühe gegeben... zum... eigentlich... zu stöhnen... ich glaube... nicht mal gehört... aber eigentlich das... wir sind ja mal... ja das würde schon Sinn machen... einmal... im allerersten... Podcast... erwähnt... dass wir in... Liverpool gewesen sind... vielleicht... und in der... Beatles Story... heisst es glaube... die Filmstelle... war... ja... genau... ich war gerade noch... auf der Magical Mystery Tour... war... das stimmt... eine Bus Tour... durch... Liverpool... zum Teil... mit den... schrägen... Stopps... aber zum Beispiel... der Penny Lane... nicht mehr gesehen... und... ein bisschen... Strawberry Fields... dann dort... mhm... und... was ist das andere... der... ah... gibt es noch mal... der Penny Lane... ja... ist übrigens... ähm... dann hast du ganz viel... Liverpooler... vielleicht eben... von wegen Dialekt... mhm... ja gut... das hat auch ein Liverpooler... so Sachen erzählt... zwischen dir... lustig... eigentlich... ähm... irgendwo... habe ich gerade... dass ich eben... nicht... zusammenreissen... das kann schon sein... weil... sie reden ja schon sehr... ich glaube... wenn sie normal reden... dann... sehr... stark Akzent... aber ich glaube... das ist ja allgemein... ein bisschen so... bei Sänger... die dann so Zing-Stimmen... und dann... ups... jetzt... tue ich anders... mhm... äh... ja... wir wären... bei... im dritten Track... immer noch im Medley... sie kam in... through the bathroom window... das ist von McCartney... und das ist auch inspiriert... durch... ein Erlebnis... so ein Fan... durch... sein Badzimmerfenster... in sein Haus... und er hat sich gedacht... okay... dann mache ich ein Lied... ähm... Übrigens... der Medley ist anscheinend... eine Form... okay... ich kann absolut... mit all den... Record Label... und Producer Leute... die es bei denen geht... aber... einer von ihren... engen Dudes... hat es so wollen... dass sie... die Musik ernster nehmen... oder? und dann... ist das seine Idee... eigentlich... das Medley machen... weil das sie irgendwie dazu... zwingt... sich mehr Mühe zu geben... mhm... hat er gut gemacht... Er hat sich zu wenig Mühe gegeben... wie jetzt noch... ja... okay... ja... er hat das Gefühl... es hat sich zu wenig Mühe gegeben... oder vielleicht hat er einfach gemerkt... dass Disziplin fällt... das war ja schon so ein bisschen... wie in der Doku... ja... doch schon... ja... ja... sicher... logisch... sie hatten schon nicht mehr so Bock... und sie... ja... er hatte jetzt Bock... ist jetzt auch nicht so zielstrebig... aber ich habe nicht gefunden... das ist einfach... das ist eigentlich so interessant... an der Doku... ja... zum schauen... wie der künstlerische Prozess... abläuft... ja... oder es kommt dann... irgendjemand mit etwas... und dann arbeiten sie daran... und... also... get back... sieht man halt... das ist ja viel... mhm... und auch der Text verändert sich... mit jeder Probe... ja... das ist geil... oder ändert es wieder irgendetwas... und ich staune eigentlich... dass es nachher dann... und vielleicht ist auch dann... das, was du heute kennst... ein Zufassprodukt... weil es sagt dann gerade... mhm... ja... doch... vielleicht ist es gar nicht alles so blank... oder es entsteht dann so... und das finde ich halt noch das Coole... oder es ist nicht so... durchgeplanet... und jetzt... das nächstes machen wir das... und so... sondern... ja... es ist so im Moment... und es passiert... und es entsteht... ja das stimmt... das ist schon cool... aber ich... du siehst auch in der Doku... wie so... halt... die Leute draussen von der Band... aber immer noch mit der Band zu tun haben... so... irgendwie geschaut haben... oder immer mal wieder schauen... dass es so ist... so... ey... Bro... ähm... John... wieso kommst du einfach zu spät... komm... weisst du... einfach so nochmal sagen... so... jetzt... mach mal... ja... weil... man hat schon gewerkt... dass der Kriegiges Ende war... ja... hat so ein bisschen auch Ansporn... dass man so... ich meine... man wird ja... auch kreativ... wenn man... gepusht wird... oder sich gepusht... in Sachen... die man noch nicht gemacht hat... und dann ist das an einem Mädchen... eine gute Idee... mhm... aber... ich weiss immer noch nicht... was Slumbers sind... also Slumber... ist doch... nicht so wie schlafen... aber... Schlummer vielleicht... Schlummern... ja... so... das hätte ich jetzt aber auch gedacht... ähm... ja... doch... Google sagt... wir haben recht... kein goldiges Schlummern vielleicht... aber vielleicht ist auch Slumbers... etwas... umgangssprachliches... oder so ein bisschen... ich weiss nicht... und dann kommt... Boy... ok... es steht nicht Boy im Titel... aber Boy... you're gonna carry that weight... also... carry that weight... carry that weight... ja... und da kommt dann auch... ein Callback... zu... you never give me your money... wo du als erstes... so drüter gehörst... Bild einmachen... und dann singen sie es auch nochmal... das sind alle vier... sogar... nach meiner... meiner Liste... ja... es gibt so etwas... chormässiges mal... zum Schluss... genau... und dann kommt lustigerweise... die End... wo mindestens... bei der jetzigen... offiziellen Version... vom Album... nicht das richtige End ist... und das ist halt so... in the Indie End... the love you gave... is equal to the love... you made... und da ist dann der Schluss... mhm... weisst du eine spezielle... an dem? no... da gibt es etwas spezielles... ähm... kann ich... es ist ein 7,55... wenn ich das gelesen habe... nein... wenn ich das gelesen habe... fühle ich den Ringo noch mehr... ok... als ein Schlagzeug-Solo... drin... mit der Maxcherin... oh... und das hätte er nie machen wollen... genau... weil... da ist die Story da... also... das ist ja auch eine Anekdote... oder? ähm... weil er hat eigentlich... ähm... das nie gerne gemacht... ja... also Ringo schon später dazu kam... und Ringo würde niemals Schlagzeug-Solo machen... er hasste Schlagzeug... wie die langen Schlagzeug-Solos machten... finde ich auch etwas ganz doofes... das haben wir alle getan... also... jetzt alle drauf gefunden... bin ich voll dabei... und als es zu den Beats kam... sagten wir... ach... was ist dann mit Schlagzeug-Solo... und wir dachten... er könnte sagen... ja... ich werde ein 5-stündiges... Solo in der Mitte... eurer Setz haben... und er sagte... ich hasse das... wir sagten... toll... wir lieben dich... aber da haben sie sich überzeugen... dass er eines macht... und es ist... wenn du ein Schlagzeug-Solo... dann eigentlich so... kurz und knackig... und es ist nicht 0815... es ist einfach... passend... ja... ja... das ist... da ist... so... für The End... macht es ja Sinn... so etwas Spezielles... oder wenn ich da... aber es ist ja... eben nicht... The End... die End... weil dann kommt noch... Her Majesty... ist eigentlich... so ein Demo-Ausschnitt... so zu sagen... ja... der hat sich auch... den Paul noch eingeschmuggelt... ja... irgendwie... es ist auch so... eben... so eine schlechte Quali... so Demo-Quali... und es ist einfach so... Her Majesty... is a pretty nice girl... but she doesn't have a lot to say... einfach so... noch Gitarra... und dann ist es fertig... und... im Film gespielt... am... ok... 2002... dann ist das 50 Jahre... ähm... I don't know... dieses goldene Thron-Jubiläu... I don't know... mehr... Österreich... war doch 70... ja... ich... ich... aber... ich glaube es dir... ja... goldene ist 50... das ist wie bei der Hochzeit... ja... und jetzt die Album... ähm... ich finde es ein Banger... ich kann es immer wieder hören... und ich finde es... immer wieder geil... und... ähm... eben... es ist... eines von den Lieblingsalben allgemein... und mein Lieblings-Beatles-Album... ähm... ja... gut... was wir jetzt nicht gesagt haben... ist es nur etwas zum Cover... oh... ja... natürlich... konisch... ist ja heute noch... ein... Touristen-Magnet... ja... es sieht dann lange nicht mehr so aus... wie damals... aber sogar wir zwei... sind dort auch nicht gepilgert... ja... dann hat es einen Haufen Leute... die dort Fotos machen... und so... speziell... ja... wir sind einfach drüber gelaufen... dass wir dann sagen... wir sind drüber gelaufen... genau... aber ja... eben... auch... eines von den... ikonischsten... ikonischsten... ikonisch... st... st... was? most iconic... ja... das heißt... das ist ein Album-Cover... eines von denen... genau... und dann ist dort... der Paul... es ist... und dann... und dann... was heißt das? Doppelgänger... und alles... Verschwörungstheorie... auch crazy ist... weil sie alle so perfekt ihre Beine... so gleich haben... oder so... dass so... alle halt... gleich wie die Beine offen haben... mindestens... mhm... sicher auch... Millionen Tries braucht... oder... vielleicht auch nicht... vielleicht muss man einfach gut ab... ähm... ja... gleichzeitig halt... ich... I don't know... es ist cool... ähm... ja... das ist jetzt... eines gewesen... wo wir beide so... sehr cool gefunden... sehr viel zu sagen... aber was hast du denn dir... fürs nächste Mal... ausgesucht? ja... ich kann mir... eigentlich... wir könnten jetzt eine Münze werfen... ok... wenn wir jetzt gerade eine hätten... oder sonst... einen Zufallsgenerator... ja... Google kann da... Google kann da... ok... und zwar... machen wir die Auswahl... also wir werden beides... irgendwann mal machen... sonst... ja... und zwar ist entweder... das erste wissen... das erste wäre... ABBA... ok... und zwar... ein Album... Arrival... ok... 1976... also das ist ein richtiges Album... das ist ein richtiges Album... ok gut... also... ABBA... kenne ich eigentlich... aber nicht als Album... ja... ich glaube ABBA... kennen die meisten Leute... genau... kennen die wenigsten... sicher mal uns weiter... und... das andere wäre... ähm... ja... Beach Boys... mit... Pat Boys... äh... Pat... 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 ja... genau... also... jetzt... einmal... ok... also... 1... ist ABBA... und 2... ist... ähm... Pat Sons... ähm... Beach Boys... und es ist... ABBA... ja dann... keine Angst... es geht auch 40 Minuten... 42 Minuten... so was... ich habe keine Angst vor ABBA... normale Länge... und es hat ganz viele Lieder... worüber man kennt... von dem her... das sind eigentlich 2 gute... ähnlich wie... das sind eigentlich 2 gute Pics... also... Auswahl... ja... weisst... ich meine... ja... 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 dann... gehen wir auf... zu... Nummer 49... und dann... von der 60... nein... ich meine... von den Nummern... liegt die Wahl... für Podcast Nummer 50... wow... keine... ich weiss noch nicht mehr... weisst... Zeit... ja... eine schöne Woche... genau... und bis dann... gute Zeit... wo ist meine Maus? bis...